Jaja, was soll los, hier ist wieder der Benni und der Haubende von DieBudysZocken und heute gibt es eine neue Folge Kurs, wir haben heute nämlich etwas richtig cooles vor, das habt ihr euch unter dem letzten Kurs-Video gewünscht, wir sollen nämlich einen richtig starken Bogen machen und ja, das haben wir heute vor, wir haben auch schon eine kleine Taktik, also wir werden am Anfang beide ein bisschen noch in den Tod nach unten springen und die Bögen wegwerfen, weil wir wir brauchen dann viele Bögen, um die zu enchanten und dann natürlich mit dem Ambus zusammen zu craften und mal gucken, ob wir was Fettes hinbekommen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Runde, oh ja, die Map ist so groß und so gut, weil diese Peacons da ganz auf der Seite sind, das muss klappen, ja dann dir, Brustpanzer, gar nicht, geh rüber, geh auf Nahkampf, ja wie ein Tryharder, der baut sich sogar einen Schutz, weil, sehr gut, nicht Dayharder, also ich würde schnellilen die rein, würden ich mir gerne bin, nehme ich eine Curiosity, dass die Wache immer weiter decent, nicht, Stufe life is on,洗 hat sie auch noch mit generell, den Himalus, keine Medizion, denkst du wie eineつ— oder polls-M Love und。」 ich hätte da auf jeden fall gut rein die sind alle da sind so hart was macht denn unsere teammate schon wieder ich habe die gut getroffen richtig gut ja post beim die weiter ich gehe hinterher mit nahkampfmann ja die bauen so viele wände auf mann was wir hätten wir die einzigen what the fuck ich werde was für wuchs finden die team jetzt man es gibt immer rechts zum verteidigen mann ich verstehe nicht was die machen ohne witz und ich habe einen gedroppt nein nein der eine ist dann perfekt ist auch dann alle da und weiß ich entspannt weiter gut gut man das war jetzt echt knapp ich muss nur noch alles zusammen kraft dann habe ich das müsste auf stärke fünf bogen in course ready to go jetzt habe ich ihn auch gott nein wie ist er da hingekommen wir sind so tot wir sind so totiger muss schnell hin so ein scheiß da ist er nein es ist lächerlich ich denke an alle nur im moment und passt nicht auf nur kurz scheiß essen und fucking ding und die rennen schon durch mann wie kann er was tut was haben unsere team jetzt die ganze zeit noch das kann man kann erklären oder die sind aber verteidigen gonger hast du zwei stärke vier bügel ja also nicht aber stärke 32 stärke 3 und 1 stärke 4 können wir mann let's go stärke 3 stärke 3 stärke 4 stärke 4 stärke 4 stärke 4 19 level oh gott so die fulgieren oder hast du mich weil ich kann mir welches machen hat ein werkpunkt machen ja hast du stärke 5 schon hatte jetzt kraft die den stärke fünf bogen mann rüstung machen dass du noch die ist für mich übrig eigentlich nicht okay dann auch nach vorne würde ich sagen viele pfeile hast du ich glaube genug oder ich habe zwei stacks okay aber das reicht so ich komme auch den weg da entlang wo du lang gehst ich hoffe da kann man laufen und es mal runter geschossen wird ist kritisch egal ich gehst um den weg warte 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 perfekt kohlapfelsnacken einfach ein scheiß fucking stärke 5 bogen was die hier gemacht haben richtig smart mann die gegner oder was gott schreckt mich da kommt die mit mit voll die an ich hätte was geht ich kann die manchmal nicht hinten wo bist du mann wir sind hier bei der base ja ich auch ein bisschen ich brauche mir gerade so die post beim base quasi ich habe einen davon gehittet nice ich post beim dort einfach in die base rein warte wir machen gerade den zweiten auch ja ich post beim die so hart digger das die sind alle two hit down geht ihr da hinten auf die spawn protection sonst halt die team jetzt noch ein ein bisschen davon ab dass sie den kohle aufbauen ja wirklich kreis oh yes ey stärke fünf mann im kurs digger down die sind so mit dahinten die bei einem gespongebung des todes und down und achtung down so der versuchts wieder hat er einen hit down kills machen ja das war die gespongebung achso wenn der einen die ganze den kohle anbauen wollte warte down ich sitze einfach so richtig räudig in dem head klitschmann und boss beim duodom der team hat ganz richtig er steht in der base ist noch ein gegner da oder was ja lol der rest ist schon gequittet lol ja ok ich würde sagen die runde ist easy ja warte willst du noch kurz in die base rein ja warte ich bin in der base gerade drin wo ist denn der hingelaufene kollege hä ist der auch schon gequittet das ist nicht der fuck jetzt sind alle gegner gequittet und das spiel läuft ne war ernsthaft ja what the fuck hä lol na gut läuft bei dem game ja ja gut ja also die wurden ein bisschen gerapt und sind direkt alle gequittet läuft bei denen ja alle gequittet keiner mehr da ja ich würde sagen wir bauen den chor ab oder die team jetzt bauen den schon ab glaube ich ok ja ja gut ich würde sagen wir haben die challenge erfolgreich geschafft stärke fünf bogen ich weiß leute es haben sich einige gewünscht wir sollen an infinity bogen machen ist schwierig wenn man keine bücher regale hat den kurs oder zumindest kennen wir jetzt keine map wir könnten natürlich wieder angeln gehen das heißt leute wenn ihr vielleicht das noch sehen wollt like partner ausspritzen und ja wir hoffen euch hat es gefallen wir sehen uns morgen bis dahin ciao 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 Bis zum nächsten Mal.